Mysteriös, mysteriös. Willkommen zurück bei Mario Party 2 im Mystery Land. 15 Zahlen habe ich keinen Bock. Muss ich aber machen und direkt weiter. Ja, aber es ist gut, du bist schon auf voll vielen Fragezeichenfeldern. Ja, das stimmt. Ich bin da momentan euch allen voraus, aber das heißt noch nichts. Und er hat es tatsächlich noch nicht in dieser Runde geschafft, den Stern zu erreichen. Also wenn ich jetzt ruckwürfeln würde, komm, spül vor, das wird keiner sehen. Ja gut, wenn du eine 10 jetzt würfelst, dann könntest du es vielleicht noch schaffen, ihm den Stern wegzuschnappen. Also ich bin ja eigentlich immer gegen dich, aber irgendwie hoffe ich, dass du es schaffst. Ja komm, okay, du kannst bis hin. Oh, wobei, ich sehe gerade, du kannst da gar nicht hin. Echt? Man kann nur nach rechts und nach links, oder? Ist das wichtig? Oh Scheiße. Das hat sich erledigt. Ja, tatsächlich, man kann nur noch so gehen. Ja, dann gehe ich dahin, da ist wenigstens sehr gut. Und ich kann mir was nehmen. Vielleicht kann... Oh. Warte, wie ging das nochmal? Ja, ähm, mit A oder mit B schlagen halt. Das finde ich eigentlich noch das Beste von den, ähm, von den Minispielen, weil da kannst du wirklich mit Skill dein Zeug holen. Boah, ich habe das so ewig nicht mehr gespielt. Da ist glaube ich das Timing auch ganz gut. Ja, ja, ich weiß aber... Also das ist, das ist wirklich das Beste neben, ähm, dem mit den Fässern im Piratenland. Ja, das dachte ich mir schon, dass du dir natürlich, natürlich die Geisterglocke holst. Letzte Chance. Yes! Hm. Hm. Wenn du damit keinen Scheiß anstellst, gern ich's dir. Ja, ich hab's auf Radio abgesehen. Aber, ja. Du kommst ja eh noch zu den Boohoo, also von daher ist das irgendwie doppelt. Oh. Oh, was macht sie denn jetzt? Komm, sie soll das, sie soll Radio da abziehen, was weiß ich. Ja, aber das kann eigentlich hier noch nicht passieren. Entweder sie trifft irgendwas. Oh, ist ja tot, 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 tot. Oh, stimmt. Oh ja, das hatten wir auch noch nicht. Ja, geil. Geil. Soll ich's erklären oder machst du? Ja, machst du. Ja, und zwar wird der Tod jetzt versetzt. Es gibt zwei Tods und einer ist der falsche, also bei einem zahlst du umsonst 20 Münzen. Und der andere ist der richtige. Das ist eigentlich ziemlich lol. Also da ist der eine. Und da ist der andere. Okay. Also einer ist bei dir, einer ist bei ihm. Aber der eine, der ist doch immer noch an derselben Stelle. Ja, komisch. Einer ist eine Attrappe. Deswegen frage ich mich, ist der neue jetzt die Attrappe oder der alte? Ja, keine Ahnung. Ich und Peach sind bei dem neuen. Ihr müsst es ausprobieren, ich kann es nicht ausprobieren, ich bin ganz weit weg. Fällt der eine, fällt der andere dann weg? Ja, ja. Wenn jetzt der bei Mario der richtige sein sollte? Ja. Dann werde ich es ja frühzeitig erfahren, aber ich finde es ganz cool eigentlich. Hm. Und wenn, dann sind es ja nur 20 Münzen. Achso, wir müssen A und P wissen zusammen. Ja, langsam. Was machst du? Scheiße. So, genau. Jetzt müssen wir einiges aufwollen, komm. Was machst du? A, B, A, B. Immer so denken, dann klappt es auch. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Toll. In einem Komm klappt es eigentlich nicht irgendwann. Aber es ist halt so, wenn man zu zweit und da macht der eine zu schnell und dann hat man halt den zu laut. deben sein. Hat das nicht�票. Alter, ist das dein Ernst? Jetzt kann ich den Scheiß abschalten. Ja, aber dann weißt du wenigstens, ob der echt war, oder nicht. Das interessiert mich dann direkt… Was? Ich habe keine Ahnung, was der Typ gerade gemacht hat. Oh, okay, das war der Falsche. Das ist sogar ein Z-Star? Ja. Nein, er bekommt einfach keinen. Boah. Für diejenigen, die das nicht wissen, Z-Stars ziehen einen Stern ab. Aber die wurden hier, glaube ich, noch gar nicht erfunden. Nee, sah nur so aus. Ist aber keiner. Ja, er wollte sein Item ganz offensichtlich loswerden, warum auch immer. Ja, das heißt aber leider auch, dass Peach den Stern erzählt, weil ich zu beschissen gewürfelt habe. Außer der Yoshi hilft mir. Der könnte mir tatsächlich helfen, wenn er den... Ach so, nee. Was denn? Aua. Du hättest halt Geld klauen können, aber sie wird es wahrscheinlich jetzt schaffen, oder? Nee, noch nicht. Oh, sie macht... Oh, sie landet sowieso auf einem Kampffeld. Das wird interessant. Das ist jetzt wirklich sehr interessant. Sie muss auf jeden Fall verlieren. Sprich, dritter oder vierter werden. Ja, und dann gibt's halt noch das normale Milch. Ballon, oh, ist gut. Ach so, da fährt man mit so'n Autos und muss den anderen... ging, ging her ran. Oh, das fand ich eigentlich immer ganz geil. Das fand ich auch geil. Aber die Steuerung ist der letzte Scheiß. Ja. Verdammt, ich weiß nicht mehr... Ja? Ja. Du musst halt hinten den Ballon rammen. Ja, aber da stand die Steuerung. Oh. Ja, vorwärts. Ja, okay. Mal schauen. Greifen wir uns mal bitte nicht sofort an, okay? Ja, okay. Ich versuche auf Peach zu gehen. Ich halte mich zurück. Aber nur am Anfang. Oh, okay. Die Steuerung ist ganz anders, als ich dachte. Der greift an! Nein, lass mich in Ruhe. Ich hätte dich töten können, aber ich habe es mit Absicht nicht gemacht. Ich hätte es tun sollen. Lass mich in Ruhe machen! Ja gut, aber ich bin Zweiter und das ist in Ordnung. Hauptsache, die Peach kann sich den Drecksstern im Moment nicht holen. Ich kann mich klauen. Du tufft. Hm. Wohl wahr. Komm noch Tiefsee-Berger. Oh, Mann. Nee, das ist gut, dass es nicht kommt, weil dann hat sie definitiv kein Geld außer, dass sie gewinnt ist. Aber das wird ja wohl einer von uns gewinnen. Ja. Es ist unwahrscheinlich, dass sie das gewinnt. Oh Gott, das war gut, das war, Dude, im Fall jetzt nicht heute. Im Moment ja. Und, wer war schneller? Scheiße, Mann, ich habe aber genauso schnell. Ja, ja, ich habe unten geguckt und du hattest auch schon deins aktiviert, deswegen war ich gespannt, wer gewonnen hatte. Oh Mann, Donkey Kong, jetzt mach keinen Scheiß, 10! Nein, das ist doch fuck! Oh, das ist bitter. Ey, komm, wir lassen uns in Ruhe, okay? Hey, Abmachung, okay? Ich kann hier nichts machen, ich bin hier der Opfer. Ja doch, du kannst stehen, du bist beim Geist. Ach echt? Ja. Komm, wir lassen uns in Ruhe. Stimmt. Wir lassen uns in Ruhe, okay? Ja, okay. Weil das bringt nichts, wenn wir uns gegenseitig bekriegen. Ja, aber Moment mal, ich muss doch auch einen Stern klauen. Ja, aber komm, das machst du jetzt nicht. Ja, aber es hat niemand, oder? Ja, du kannst auch Münzen klauen. Ja, das bringt mir aber nichts. Ja, komm von mir, ich bin eh so eine arme Sau. Ja, du bist aber nochmal der Einzige auf dem Stern. Ja, ich hätte von dir gerade auch was stillen können, den Stern. Deswegen habe ich dir das gesagt. Ja, dann hoffen wir mal, dass Peach sich einen holt. Oh nein, sie holt man sich nicht. Sorry, ich muss. Ey, komm, ich hab dich extra verschont. Ja, aber es hat keiner einen Stern. Ja, aber du hast gesagt, wir bilden eine Gemeinschaft. Ich hab schon wieder dieses Scheißspiel da. Kugelchaos, ja. Ich hab keinen Bock darauf, echt. Das ist aber cool, dass es diese Insel da ist. Ja, hier wird man wenigstens ein bisschen behindert. Und das Ganze ist relativ klein, aber es ist was zum Scheiß. Immerhin ist Worte. Du hast mich in Frieden, ey. What the hell? Was macht ihr? Komm auf Peach. Ja, passt. Das Spiel zackt. Ja, das ist... What the hell? Wie sie abgeht. Ach, das ist das dumme Kuh. Ja, bitte draw. Stirb, Mann. Sie stirbt nicht. Ja, das glaube ich eigentlich auch nicht. Deswegen bleib einfach in der Mitte und fertig. Bevor sie dich noch runterkickt. Boah. Wie kann sie denn bitte schon auf der Stelle so viel Power kriegen? Das war verdient, oder? Gibt's doch gar nicht. Ach, Mann. Ich glaube, ich muss mich auch an irgendwas erfreuen hier. Oh. Seriously. Das ist nicht gut. Ja, vielleicht kommt noch mal so ein Tord und... Mach Sternengibstahl. Ja, Tord, Tord. Mach Sternengibstahl. Ja, nur zwei Tords, komm. Du weißt ja nicht, ob das jetzt gut ist, ne? Scheiße. Aber ich habe eh kein Geld. Komm, bitte lassen... Ah, nein. Ja, aber warte, es kommt ja noch eine. Es sind ja zwei. Ja, aber der eine bleibt doch immer auf seinem Platz. Sicher? Ja, oder? Also, das war ja beim letzten Mal auch schon so. Ja, dann ist es tatsächlich so. Ja. Ja. Ja, aber dann kann ja Peach den holen. Machst du Scheiße? Hm? W-wärst du von mir klar? Warte, warte. Er ist beim Stern. Okay, dann kann ich... Ich hoffe, dass es der Richtige ist, wirklich. Ja! Ich hoffe es, weil ich... Ich will eigentlich den Vario klauen, bitte. Ja. Ja, okay. Gut. Ja, gut, weil sonst hätte ich die Glocke... Ich weiß, was du gemacht hättest. Du hättest die Geisterglocke aktiviert. Deswegen habe ich dich gefragt. Ich weiß. Ich bin nicht blöd. Das weiß ich ganz genau. Oh, das ist bitter. Hm? Wo bist denn du? Du bist auch da, wo ich bin. Hm? Scheiße. Hm. Stern stehen oder Stern kaufen? Stern kaufen ist günstiger, ne? Ach, du bist doch ein Asi. Ja, ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann nur Plus machen. Komm, ich brauche das Geld. Ja, ich auch. Das hilft uns allen, wenn der... Oh, ich will das auch schneiden. Das ist cool. Da bin ich immer sehr präzise. Ach so, das doch, ja. Also, wenn ich hier verliere, ne? Dann bin ich aber wirklich ein Depp. Das ist cool. Ja, aber die sind auch oft stark. Da war ich normalerweise immer so mega krass gut. Der Skill kann doch nicht verloren gegangen sein. Und das Spiel gibt es auch in anderen Mario-Partys, also von daher... Ich meine, ich will jetzt hier keine 100er-Wertung, aber gewinnen will ich schon. Okay, das war jetzt nicht ganz so gut. Und man sieht halt jetzt gerade auch überhaupt nichts. Scheiße. Scheiße. Gottverdammt, also das Beste ist es nicht. Deins ist der Sieger. Ne? Meins? Ja, immerhin. Schau mal. Ah, wobei, wobei unten, unten hast du einiges versaut. Ja, unten habe ich auch. Okay. Ja, gut. Ich habe Plus gemacht und damit bin ich zufrieden. Ja. Und ich habe doch jetzt sogar Geld für beides, oder? Für Stern klauen und für Stern kaufen. Ich glaube schon. Ich brauche 70 Münzen. Genau, 70. Ja, toll. Ja, komm aber dann bitte jetzt nichts passieren hier. Na, als ob ich eh... weißt. Chillt alle. Ich will jetzt ziehen. Chillt alle. Macht keine Scheiße. Ja, wenn du eine niedliche Zahl würfelst und nicht eine hohe, dann habe ich den Stand. Ich weiß ja. Ja, aber du brauchst ja erstmal Geld. Ja, Buru ist doch da. Genau. Ja. Ja, gut, okay. Stimmt. Oh, ich bin der Einzelne. Ja. Du musst dich einfach nur retten. Na, dann haue ich mal ab. Bitte verschwund mich. Nein. Ich möchte das nicht. Komm, du hast genug Geld, ja? Ja, vielleicht. Oh, wieso bin ich da allerdings? Irgendwann im Computer wurde ich da anders angezeigt. Kommt Leute, streng dich an. Kann gut so weiter gehen. Wow. Scheiße. Scheiße. Ey. Das hätte ich aber doch mal unter Druck gesetzt. Aber eigentlich ist der Sieg doch ganz in greifbarer Nähe. Verdammt, Mann. Ja, hab's nur Scheiße gemacht, Leute. Ey. Jetzt dreh ich die Minispiele so langsam wieder. Toll. Ist voll OP. Alter Schweder, kannst du jetzt mal bitte hochwürfeln, ne? Du hast so viel Dreck gemacht, Leute. Nein. Nein. Keine Zwei. Oh, Gott. Ich hätte den Scheiß hier auseinandergerissen. Also, ich halte mich dran. Ich klaue den nicht. Ich klaue den. Ah, sie. Wario. Hallo. Ja, in dem soll ich jetzt was klauen? Chill. Ja, aber irgendwas. Schau mal an. Ja, ich habe ja gleich auch kein Geld mehr. Ich kaufe doch gleich den nächsten Stern direkt. Ja, deswegen frag ich dich hier. Ja, die Peach hat noch 12 Coins. Du hast ja eh noch die Geisterglocke. Also, du kannst doch immer eingreifen, wenn irgendwas nicht läuft. Ja, aber jetzt bist du voll OP. Jetzt willst du mich wieder angreifen auf einmal, weil ich drei Sternen hab, ne? Das los ich auch. Vorhin, wo ich am Boden war und geweint habe, da hattest du Mitleid und jetzt nicht mehr. Ach, wobei. Es ist doch ganz gut, wenn ich mein Jungs bin. Es ist ein Nächstes wandelt. Wieso? Ich hätte auch den ersten Stern von dir klauen können. Wenn man mit dir einen Pakt eingeht, muss man damit rechnen. Hallo. Ich hätte auch dir zuerst einen Stern klauen können. Habe es aber Wardo gemacht. Also chill. Und dann hätte ich dir auch noch die Münzen klauen können. Ja, jetzt direkt auf Fragezeichen. Weiter geht's. Über da. Ja. Aber wo zum Teufel ist der vermalete Stern in der Box? Ob der noch auftaucht? Ja, aber jetzt hast du auch Geld. Ach, warum? Naja, 13 Münzen. Also bitte. Ja, toll. Aber von Peach bekomme ich wahrscheinlich nur 10 Münzen. Ja, und von mir auch nicht mehr. Eine Münze mehr? Doch. Ja, sie wird wahrscheinlich auch so abwehren, dass ich nichts bekomme. Die Computergegner können das aus irgendeinem Grund. Ja, siehst du. Warum auch immer. So, das war das letzte Mal, dass ich dich jetzt verschwomme. Oh, schau. Hast du da alles. Ich verstehe das nicht. Mal haben sie Kohle in Hülle und Fülle und wehren den ultimativ ab. Und dann. Oh nein. Ja. Oh, wie süß. Dankeschön. Hey, freu dich für mich. Gerade habe ich es noch gesagt, taucht der auf? Ja, du hattest auch vieles. Ja, dann musst du jetzt zumindest nicht mehr weinen. Ja, aber trotzdem schlecht. Ich will auch wieder gehören. Da kann ich gleich aufgeben. Ja, dann gib halt auf. Meine Minispiel-Bilanz ist so katastrophal. Ne? Aber das gewinnst du doch meistens. Ja, aber die Computergegner sind still. Letztens hast du es versaut, aber dieses Mal gewinnst du es. Glaub ich. Wow, ich bin mal nicht beim ersten Mal erwischt. Voll krass. Scheiße. Wow, bin ich gut. Das ist meine beste Runde ever. Wow, ich dachte, er hat mich. Passt auf, weil der Deck geht ganz schnell. Soll ich das etwa gewinnen? Ganz schnell. Eine Weltpremiere. Ich hab den Scheiß zum Allersten. Ja, aber nur weil ich dir gesagt habe, wie das geht. Das musst du aber auch zugeben, oder? Ja, ne, ich hab das schon immer so gemacht, aber immer zu spät so. Ich war immer zu blöd dazu. Krass. Was? Das erste. Nein, ich muss gehen. Ich will doch den Stern. Das ist fies, Mensch. Jetzt müsste es auch so ein Block kommen. Ja, bitte. Ach komm, ich will jetzt endlich wieder. Ach man, das hätte ich gebraucht. Nein, es gibt der noch mit drei. Den brauch ich hier gar nicht. Komm mit drei oder was? Ja, danke. Ja, du genau das kriegst, was du willst. Ja, jetzt kannst du noch gleich ziehen mit den Sternen. Na toll. Aber am Heulen gewesen. Wieso, wenn ich jetzt auf ein Fragezeichenfeld gehe oder Vario mir was klaut? Ja, sowas passiert doch nur mir. Ja, was denn? Das ist alles möglich. Oh scheiße, jetzt kommt die auch noch dahin. Was soll'n das jetzt hier? Wieso? Ja, die klauen doch eher von mir, weil ich der Erste bin. Ja, das klauen nicht. Die Computer sind doch immer so eingestellt, dass du den Ersten beklauen. Nee, das letzte Mal war's ja nicht so. Das ist ganz selten mal nicht so. Oh nein, wieder Mathematik. Beim ersten Mal war ich so gut, aber die anderen Rechnungen... Meine Hassfach in der Schule. Ach, Bombs sind cool. Das letzte Mal hab' ich ja gewonnen, aber das war mir raten. Ach, das ist doch nicht schwer, oder? Aber ich war doch. Deswegen, die explodieren. Ja. Wir werden ja nicht schon. Ich bin mir sicher, es sind 15. Ich bin auch sicher. Ich hab' schon tausendmal durchgezählt. Oder ich bin... Computer haben auch 15. Ich hab's jetzt zweimal gezählt. Also, es müssen 15 sein. Keine Ahnung, wo du einen übersehen hast. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hab' fünfmal durchgezählt. Ach ja. Naja. Naja, das muss mit... Wird mir eh gleich wieder abgenommen. Also, brauch' ich mich gar nicht freuen, so. Komm, wird ruhig wieder ein Block erscheinen können. Haut's ab da! Dreckspack. Kaum ne hohe Zahl, bitte. 10. Schlecht ist es nicht, aber jetzt auch nicht gut. Komm, 2 oder so. Ja, ist schon mal schlecht. Alle gegen sie. Alle gegen sie. Oder sie gegen uns. Im scheiß Kirmeskran. Also, ganz schnell auf A drücken, aber ich glaub' sie wird's schaffen. Ja, im Normalfall schafft's der Computer immer. Kannst du für mich mit A drücken, weil ich kann das überhaupt nicht so schnell Das... bringt doch eh nix. Ich wurde ja sonst auch immer hinführt. Ich überlege auch, wo ich die Frau spulen soll. Ja, aber zumindest hier die Uhren und so. Wenn sie zu uns kommt, kann ich ja abbrechen, aber wir haben eigentlich keine Chance. Jetzt nimmt sie sich erstmal den Vario. So, und jetzt probier dein Glück. Ach nee, sie nimmt erstmal hier die Uhr. Ja, wir schaffen das nicht. Selbst wenn wir es einmal schaffen sollten, uns loszureißen. Sie hat noch so viel Zeit. Ich meine, normalerweise müsste ich da mich loslösen können, aber... Siehste? Es hat keinen Sinn. Lass es einfach. Sie hat gewonnen. Das Spiel ist scheiße am Ende. Lass es. Das ist Bullshit. Ja, hör auf. Dreck einfach. Boah, ich hoffe die Klauen nicht von mir. Würfel net zwei, Junge. Cool. Ist da überhaupt was drin? Damit sie dir jetzt alles abklauen können. Ja, geil. Ja gut, aber jetzt kriegen die das Moos, ne? Scheiße. Die Idioten hier. Haut ab. Nein, dann kommen die zu mir. Nicht meins Klauen. Nein. Verdammter Drecksack. Du musst ganz schön drücken. Das bringt nichts. Das ist Betrug. Und jetzt steht da 24. Wetten? Ja, hab ich's gesagt. Das ist einfach lächerlich. Und sie dann auch noch 24. Und joa, dann passt's. Toll, jetzt kommt er tatsächlich her. So ein Scheiß. Oh Gott sei Dank. Ja, mir war es nicht vergönnt, aber du hast ihn. Ach, das große Feld ist mir egal. Oh, danke Gott. Du hast doch noch zwei Übungen, oder nicht? Ja, ich kann nicht zählen. Ja, stimmt. Aber da bist du doch drin. Nein. Wo bist du denn? Auf der Anfangsinsel. Oh. Na okay, dann verabschiede ich mich. Joa, tu los. Ja, sieht jetzt ganz gut aus für mich. Und die nächsten 24 Münzen gehen weg? Nein, sie geht davor weg. Was? Ja. Oh. Du bist verschont. Freue dich. Yay. Cool. Hey, bisschen mehr Elan und Schwung. Jump'n Toad hätte ich Bock. Ja, genau. Ja, das ist cool. Das ist dann zwar am Ende nur noch Glück, aber das ganze Brett ist ja so. Daher passt's gut. Ab geht's, komm. Ab geht's, komm. Los geht's. Ja, die ersten drei kann man ja noch voll vorher sehen. Ja, den vierten eigentlich auch noch, aber stand schon deutlich schwerer und der fünfte ist eigentlich nur Glück. Ja. Ja. Boah Gott. Voll synchron. Ja, die ersten zwei muss man im Normalfall aber auch schaffen, den dritten im Prinzip eigentlich auch. Ja, ich bin jetzt auch da. Und jetzt wird's spannend. Fix scheiße. Lacker. Ja, aber letztens war ich doch auch bei der vier, äh, äh, bei der fünften... Ja, Lack. Ach. Habe ich's euch gezeigt, wie es die, ne? Du hast selbst gesagt, das ist Lack. Ja, trotzdem. Augenroll. Lass mich immer freuen. Und die letzten fünf Runden. Ja, wen er wieder pushen möchte, der Cooper, das erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bin sicher, es ist wie immer Yoshi. Ich bin sicher, es ist wie immer Yoshi.